Musik Mallorca ist aufgrund seiner ausgedehnten Kiefernwälder ein Hotspot für Prozessionsspinnerrauben. Die Taumatopäa Pithiocampa, die von Januar bis April besonders aktiv sind. Diese Rauben stellen eine ernsthafte Gefahr für Menschen und Tiere dar, da ihre brennhaareallergische Reaktionen und gesundheitliche Probleme verursachen können. Bei Nami Green haben wir uns der Aufgabe verschrieben, die Natur zu beobachten und zu schützen. Ein Teil unseres Engagements besteht darin, auf die weniger bekannten, aber wichtigen Aspekte unseres Ökosystems aufmerksam zu machen. Ein solches Phänomen, das unsere Aufmerksamkeit erregt hat, sind die Prozessionsspinnerrauben auf Mallorca. Diese faszinierenden, aber auch problematischen Kreaturen sind ein perfektes Beispiel dafür, wie komplexe Naturzusammenhänge direkt vor unserer Haustüre stattfinden können. Im Rahmen unserer Mission haben wir die Prozessionsspinnerrauben genauer beobachtet, um ein besseres Verständnis für ihr Verhalten und die Auswirkungen auf die lokale Flora und Fauna zu gewinnen. Unsere Beobachtungen haben gezeigt, dass die Rauben nicht nur eine faszinierende soziale Struktur aufweisen, indem sie in langen Reihen wandern, sondern auch, dass ihre Brennhaare eine ernste Bedrohung für Menschen und Tiere darstellen können. Die Raupen sind Teil des Lebenszyklus des grauen Falters und durchlaufen sechs Entwicklungsstadien, während sie sich von Kiefernadeln ernähren. Ihre seidigen Nester, die in den Bäumen hängen, sind ein deutliches Warnsignal für die Anwesenheit der Raupen. In ihren frühen Stadien bilden sie seidige Nester an den Ästen der Kiefern, die als Schutz vor Witterungseinflüssen und Fressfeinden dienen. Während dieser Zeit ernähren sich die Raupen von den Nadeln der Kiefern, was zu sichtbaren Schäden am Baum führen kann. Die seidigen weißen Nester, die in den Kiefern hängen, sind eines der auffälligsten Erkennungsmerkmale der Prozessionsspinnerrauben. Diese Nester sind besonders im Winter und im Frühjahr sichtbar und dienen als Indikator für einen Befall. Die Raupen selbst sind an ihrer charakteristischen Farbgebung und den langen Haaren erkennbar. Sie haben eine schwarze oder dunkelbraune Grundfarbe mit orangefarbenen oder gelben Seitenstreifen und sind mit feinen und den giftigen Brennhaaren bedeckt. Ein einzigartiges Verhaltensmerkmal der Prozessionsspinnerraupen ist ihre prozessionsartige Wanderung. Wenn sie sich von ihren Nestern am Baumstamm zum Boden bewegen, um sich zu verpuppen, tun sie dies in langen Reihen, wobei jede Raupe mit der vor ihr durch einen seidenen Faden verbunden ist. Die Brennhaare der Raupen, die das Protein Taumatopien enthalten, sind für Menschen und Tiere gleichermaßen gefährlich. Die Haare können bei kontaktallergische Reaktionen und gesundheitliche Probleme verursachen. Durch das Verständnis des Lebenszyklus und der Erkennungsmerkmale der Prozessionsspinnerraupen können Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle besser geplant und umgesetzt werden, um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt, die menschliche Gesundheit und die Tierwelt zu minimieren. Zur Vermeidung von Kontakt wird empfohlen, befallene Gebiete zu meiden und sich über die lokale Warnungen zu informieren. Bei Kontakt sollten betroffene Stellen sofort mit Wasser gereinigt werden. Bei schweren Reaktionen ist schnellstmöglich medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine der Methoden, um die Ausbreitung dieser Schädlinge zu kontrollieren, ist der Einsatz von Fallen, die an Bäumen angebracht werden. Diese Fallen sind speziell darauf ausgelegt, die Raupen auf ihrem Weg, wenn sie sich zur Verpuppung in den Boden begeben wollen, abzufangen. Diese Fallen für die Präzisionsspinnerraupen funktionieren nach einem einfachen, aber effektiven Prinzip. Sie werden in der Regel im Frühjahr vor Beginn der Präzession der Raupen rund um den Stamm der betroffenen Bäume angebracht. Hier sind einige Schlüsselelemente, wie diese Fallen funktionieren. Die Fallen werden so am Baumstamm angebracht, dass sie den natürlichen Weg der Raupen, die nachts in langen Reihen, Prozessionen, den Baum hinunterkriechen, um sich am Boden zu verpuppen, blockieren. Die Fallen bestehen häufig aus einem Auffanggürtel oder Ring, der um den Baumstamm gelegt wird. Dieser Gürtel enthält ein oder mehrere Auffangvorrichtungen, die so gestaltet sind, dass die Raupen hineinkriechen können, aber nicht mehr herausfinden. In einigen Fällen können die Fallen mit Pheromonen oder anderen Lockstoffen versehen sein, um die Raupen anzuziehen und die Effektivität der Falle zu erhöhen. Die in die Falle gelangten Raupen fallen in einen darunter befindlichen Sammelbehälter. Dieser Behälter verhindert, dass die Raupen entkommen und ermöglicht eine einfache Entsorgung. Indem die Raupen gefangen werden, bevor sie sich im Boden verpuppen können, wird der Lebenszyklus unterbrochen und die Population der Prozessionsspinner im betroffenen Gebiet wird reduziert. Diese Methode kommt ohne den Einsatz von chemischen Insektiziden aus, was sie zu einer umweltfreundlichen Alternative macht. Die Fallen richten sich speziell oder spezifisch gegen die Prozessionsspinnerraupen, ohne andere Tiere oder Insekten zu beeinträchtigen. Sie helfen die Population der Schädlinge zu kontrollieren und reduzieren die Notwendigkeit für weitere Eingriffe. Die Fallen müssen regelmäßig kontrolliert und gelehrt werden, um ihre Effektivität zu gewährleisten. Während Fallen helfen, die Anzahl der Raupen zu reduzieren, sind sie allerdings oft nur ein Teil des umfassenden Bekämpfungsplans. Die Verwendung von Fallen ist eine nützliche Strategie im integrierten Schädlingsmanagement gegen Prozessionsspinnerraupen, insbesondere in Gebieten, wo der Einsatz von Chemikalien vermieden werden soll oder muss. Prozessionsspinnerraupen verkörpern eine faszinierende Zwiespältigkeit, die in der Natur nicht ungewöhnlich ist. Auf der einen Seite können diese Raupen durch ihre einzigartigen Verhaltensweisen und durch ihr Erscheinungsbild eine gewisse Faszination oder sogar eine Art von Niedlichkeit ausstrahlen. Ihre namensgegebenen Prozessionen, bei denen sie in langen Reihen hintereinander den Baumstamm hinunter oder über den Boden kriechen, sind ein bemerkenswertes Naturschauspiel. Die dichte, haarige Beschaffenheit der Raupen kann auf den ersten Blick faszinierend wirken und ihre soziale Lebensweise, die in der Tierwelt eher selten vorkommt, weckt Interesse und Neugierung. Auf der anderen Seite steht die Gefahr, die von den Raupen ausgeht, was sie zu einem ernstzunehmenden Schädling macht. Die feinen Härchen der Raupen enthalten das Gift Taumatopien, das bei Menschen und Tieren allergische Reaktionen hervorrufen kann. Der Kontakt mit diesen Härchen kann zu Hautausschlägen, Juckreiz, Augenreizungen und in schweren Fällen sogar zu Atembeschwerden führen. Die Gefahr ist nicht nur auf direkten Kontakt beschränkt. Die Härchen können vom Wind verweht werden und auch so ohne direkte Nähe zu den Raupen Beschwerden verursachen. Diese Dualität macht die Prozession Spinnerraupen zu einem komplexen Phänomen. Einerseits sind sie Teil der biologischen Vielfalt und füllen eine spezifische Nische in ihrem Ökosystem aus und auf der anderen Seite stellen sie eine wahrliche Bedrohung für die Gesundheit von Mensch und Tier sowie für Bäume und Wälder dar, insbesondere wenn halt die Populationen unkontrolliert anwachsen. Ihre Bekämpfung vorzugsweise durch die umweltfreundlichen Methoden wie die angesprochenen und gezeigten Fallen ist daher ein wichtiger Aspekt des Managements von Grünflächen und Wäldern, um die negativen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren. Diese ambivalente Natur der Prozession Spinnerraupen erinnert uns daran, dass viele Arten in der Natur sowohl faszinierende als auch herausfordernde Aspekte haben können. Es unterstreicht außerdem die Bedeutung eines ausgewogenen und informativen Ansatzes im Umgang mit natürlichen Phänomenen und Schädlingen. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018